Mein Name ist Daniel und heute erzähle ich euch meine Geschichte, wie ich reich wurde. Ich fange ganz von vorne an. Ich bin Trainer in einem Fitnessstudio. Das war schon sehr, sehr früh ein Traum von mir gewesen, Trainer zu werden in einem Fitnessstudio, Personal Training anzubieten. Ich habe mich damals mit 16, 15, 16 angemeldet im Fitnessstudio und Fitness war einfach meine absolute Leidenschaft. Ich habe nicht viel Geld verdient, so zwischen 1.000, 5.000 und 2.000 Euro habe ich verdient und ihr wisst wie das ist mit Miete, Strom, Gas, Telefon, Internet, Versicherung, Sprit, Essen, Trinken. Dann bleibt von diesem Geld nichts übrig. Es ist also wirklich nicht viel gewesen, was mir Ende des Monats auch übrig geblieben ist für mich. Irgendwann habe ich mit Personal Training angefangen und es lief so gut, es kamen so viele Anfragen rein, aber ich konnte mich nicht um jeden kümmern. Ich konnte nicht jeden trainieren und somit bin ich auf die Idee gekommen, das Ganze online zu machen. Ich habe also diesen Online Kurs angeboten und es ging durch die Decke. Es ging durch die Decke. Ich habe Millionen, wirklich Millionen damit verdient. Ich war im zweistelligen Millionen Bereich, zieht euch das mal rein, vom Personal Trainer zu einem Multimillionär, den ganz Deutschland kennt. Ganz Deutschland kannte mich. Ich habe aber vorher schon im Fitnessstudio meine Frau kennengelernt, Selina. Sie hat auch immer zu mir gehalten, hat mich auch immer motiviert, mich gepusht, obwohl ich noch kein Millionär war, obwohl ich noch gar nichts hatte. Aber sie hat an mich geglaubt, sie hat mich geliebt, ich habe sie geliebt und somit wurden wir beide gemeinsam erfolgreich. Irgendwann, Urlaub. Ich bin im Urlaub, auf den Malediven. Sehr, 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 sehr schön da. Ich bin auf den Malediven, ich bin am Entspannen. Ich höre diese Wassergeräusche, klarer Himmel, Entspannung pur. Ich habe mich erst mal morgens massieren lassen und ja, dann saß ich da. Ich lag da, ich liege da auf meiner Liege, ich schlöfe gerade an meinem Cocktail und Selina ist auch da. Wir sind am Chillen, genießen einfach den Urlaub. Es ist mega. Sie kriegt einen Anruf ganz plötzlich. Sie muss wieder nach Deutschland. Ihrer Oma geht es nicht gut. Sie hat zu mir gesagt, bleibst du hier, ich gehe. Ich habe gesagt, bist du dir sicher, ich komme mit dir mit und so, du kannst doch nicht alleine zurückfliegen. Sie hat gesagt, nein, nein, du hast hier noch deine Termine, bleibst du hier. Du hast noch ein paar Geschäftstermine, ein paar Gespräche, die wichtig sind, die musst du hier wahrnehmen. Ich fliege nach Deutschland und du bleibst hier und wenn du fertig bist, kommst du auch wieder zurück. Sie ist so, ja, okay, korrekt, Ehrenfrau. Sie geht wieder zurück. Ich mache meine Termine und dann laufe ich am Meer. Schön Sonnenuntergang, einfach zum Entspannen. Ich brauche das jeden Abend. Einfach entspannen, den Kopf freikriegen und an nichts denken. Nicht an Arbeit, nicht an Geld, nicht an Personal Training, nichts. Ich will einfach nur runterfahren. Das ist sehr wichtig, Freunde, dass ihr eurem Kopf auch mal Ruhe gebt. Euch entspannt. Weil ständig Adrenalin, ständig nachdenken, ständig machen, machen, tun, tun, tun. Irgendwann sagt euer Körper, stopp, das reicht. Und das habe ich meinem Körper nie angetan. Jeden Abend bin ich eine halbe Stunde da rumgelaufen und bin erstmal runtergekommen. Und dann habe ich einen Mann getroffen. Wir kamen ins Gespräch, ich sage, was machst du? Er sagt, ich habe hier ein paar Sachen, die ich tue, die sehr gut für den Kopf sind. Die entspannen dein Gehirn. Die entspannen dein Gehirn. Und du wirst es mir nicht glauben. Du wirst sogar auf richtig heftige Ideen kommen. Ich sage, was denn? Was machst du denn? Erzähl mal. Er sagt, schon mal was von Pilze gehört? Ich sage, nein, was ist das? Er sagt, diese Drogen, Pilze. Schon mal probiert? Ich sage, nein. Also, was hast du denn für Drogen genommen bis jetzt? Ich sage, ja, ich habe ab und zu mal eine Nase gezogen. Einen Jibbit geraucht. Aber Pilze habe ich noch nie genommen. Er sagt, Pilze ist das Maximum. Mehr geht da nicht. Und Joint und solche Sachen, Kleinkram, das ist gar nichts. Du wirst schweben. Er hat mir das so schmackhaft gemacht. Ich musste das ausprobieren. Er gibt mir diese Pilze. Ich warte, warte, warte. Nach fünf Minuten wirkt es. Ich gucke ihn an. Er guckt mich an. Er sagt, und wie fühlst du dich? Ich konnte nicht mehr reden. Ich habe gedacht, ich habe zu ihm gesagt, es fühlt sich super an. Aber ich habe keinen Ton rausbekommen. Ich habe nicht einen einzigen Ton rausgekriegt. In diesem Zustand ruft Selina mich an. Hey Schatz, was machst du? Wie läuft's? Wie laufen deine Gespräche? Ich habe zu ihr gesagt, wo bist du gerade? Bist du zu Hause? Er sagt, ja, ich bin zu Hause. So, wie geht's deiner Oma? Er sagt, nicht gut. Er geht's gar nicht gut. Ich habe gesagt, weißt du was? Mach dir keinen Kopf. Ich habe die Lösung für deine Oma. Sie sagt, was denn für eine Lösung? Ich sage, entspann dich. Bleib locker. Bleib locker. Ein Mensch wird alt, richtig? Sie sagt, ja. Ich so, warum solltest du denn nicht rückwärts herum auch gehen? Wenn du vorwärts laufen kannst, kannst du doch auch wieder rückwärts laufen. Sie sagt, wie? Was sagst du denn da? Ich so, bleib locker. Ich werde deine Oma retten. Ich mache sie wieder gesund. Ich bin in zwei Stunden da. Sie sagt, wo bist du denn? Bist du schon wieder in Deutschland? Ich habe gesagt, nein. Ich bin auf den Malediven, aber trotzdem bin ich in zwei Stunden da. Sie sagt, Schatz, hör doch jetzt auf damit. Ich so. Und noch was. Du und ich haben noch was zu klären. Ich weiß, was du getan hast. Und du solltest dir genau überlegen, was du mir erzählst. Johnny war hier. Er beobachtet dich. Seit sechs Tagen. Wer ist dieser schwarze Mann, der immer zu uns nach Hause kommt? Sie sagt, was redest du denn da? Ich so. Ich habe alles auf Video. Und habe einfach aufgelegt. Sie ruft an. Oh, 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 oh. Nix. Ich gehe nicht ran. Keine Chance. Dieser Typ guckt mich an. Er sagt, wie fühlst du dich? Ich habe gesagt, wie fühlst du dich? Alles okay bei dir? Er sagt, ja, ich so. Willst du ein Flugzeug? Ich kaufe dir eins. Er sagt, ich habe schon gehört, du bist Millionär. Er sagt, würdest du das wirklich tun für mich? Ich habe gesagt, für dieses Gefühl, was du mir gerade gegeben hast, natürlich. Er sagt, wann? Ich habe gesagt, jetzt. Er wollte die Situation natürlich ausnutzen. Ich bin gerade auf Wolke sieben. Er versucht jetzt natürlich, jeden Cent aus meinem Arsch rauszuholen. Ich sage zu ihm, willst du ein Flugzeug haben? Er sagt, ja. Ich habe gesagt, ich bin ein Hund, wenn ich dir kein Flugzeug kaufe. Warte hier, ich komme gleich wieder. Ich laufe in die Stadt. Ich hole ihm so ein Spielzeugflugzeug mit Fernbedienung und sage, bitteschön. Er sagt, was ist das denn? Ich habe gesagt, ich habe dir doch gesagt, ich kaufe dir ein Flugzeug. Oder was hast du jetzt gedacht? Wolltest du jetzt ein richtiges Flugzeug von mir? Er sagt, das ist doch nicht dein Ernst. Ich habe gesagt, natürlich ist das mein Ernst. Und ab heute arbeitest du für mich. Ab heute gehörst du mir. Dein Arsch, dein kleiner, süßer, schwarzer Arsch gehört mir. Er sagt, was muss ich denn tun? Ich habe gesagt, gar nichts. Sei einfach nur da und leiste mir Gesellschaft. Erzähl mir was. Erzähl mir mal eine Geschichte. Hast du irgendwelche Geschichten auf Lager? Er überlegt, überlegt, überlegt. Er sagt, welche Richtung? Ich habe gesagt, egal welche Richtung. Hast du irgendeine Story für mich? Irgendwas Interessantes? Ich gucke ihn an. Er überlegt die ganze Zeit. Er will keine Fehler machen, weil er weiß, ich bin reich. Ich bin Millionär. Er gehört jetzt mir. Ich beobachte ihn. Und er überlegt. Er sagt, lachst du gerne? Ich sage, ja, ich lache gerne. Er sagt, guck mal, da war eine Frau. Ich habe gesagt, stopp, stopp, stopp. Wenn du mich jetzt zum Lachen bringst, gebe ich dir 100 Euro. Das ist ein Angebot? Er sagt, ja. Und ich mache mir eine Kippe an und ich höre ihm zu. Er sagt, da ist eine Frau und ein Mann. Beide total verliebt, verheiratet. Ich so, ey, erzähl. Er sagt, der Mann hat das Gefühl, seine Frau geht ihm fremd. Und er muss der Sache auf den Grund gehen. Ich so, ey, und weiter. Der Mann sagt zu seiner Frau, ich werde jetzt für eine Woche auf Montage sein. Ich bin nicht zu Hause. Ich bin in einer Woche wieder da. Die Frau sagt, alles klar. Die Frau geht morgens schon zur Arbeit. Er muss aber erst mittags los. Ja, nee, die müssen sich morgens schon voneinander verabschieden, weil sie geht zur Arbeit und er geht mittags weg. Und er kommt erst in einer Woche wieder. So. Sie geht morgens weg zur Arbeit. Die verabschieden sich. Und ich höre ihm richtig aufmerksam zu. Ich sage, okay, und was ist dann passiert? Sagt er, der Mann hat sich unter dem Bett versteckt. Der Mann hat sich hoch und heilig geschworen. Wenn sie so etwas getan hat, gemacht hat oder jetzt macht, er nimmt ihr das Leben. Ich so, okay, und weiter. Er hat sich unter dem Bett versteckt. Er hat sich unter dem Bett versteckt. Und wartet. Sie kommt um 14 Uhr nach Hause. Er hört nur noch, wie sie den Schlüssel reinmacht. Tür aufmacht. Reinkommt. Schlüssel auf diese Ablage schmeißt. Schuhe auszieht und ins Wohnzimmer geht. Macht den Fernseher an. Geht in die Küche. Macht sich was zu essen. Chillt. Und er ist immer noch unter dem Bett und wartet und wartet und wartet und wartet. Gegen 16, 17 Uhr. Es klingelt an der Tür. Sie macht die Tür auf. Hey, da bist du ja endlich. Ja, mein Mann ist nicht da. Und er hört nur noch unterm Bett. Diese Knutscherei. Und diese Stöhnerei. Wie die miteinander rumknutschen. Und er ihm die Jacke aussieht und komm rein und was weiß ich. Und ich mach dir erstmal einen Kaffee. Und er kriegt die Aggression seines Lebens. Ich so, bitte. Hat er ihr was getan oder nicht? Er sagt, warte, entspann dich. Ich erzähl dir. Ich höre richtig aufmerksam zu. Ich will endlich, dass er zum Ende kommt. Ich so, und dann, was ist dann passiert? Ja, die haben erstmal Kaffee getrunken. Und dann hat sie gesagt so, und jetzt? Komm mit mir mit. Sie nimmt ihn an die Hand und bringt ihn nach oben ins Schlafzimmer aufs Ehebett. Die knutschen miteinander rum und ziehen sich beide gegenseitig aus. Und liegen dann auf einmal im Bett. Und er ist unter dem Bett und denkt sich, Ah, alles klar. In dem Moment fragt dieser Typ, die Frau, Sei ehrlich, komm, sag's mir. Wer ist hübscher? Ich oder dein Mann? Dann sagt sie so zu ihm, Wenn ich ganz ehrlich zu dir bin, Mein Mann. In dem Moment kommt der Mann vom Bett raus und sagt, Ich schwör bei Gott, du bist eine Ehrenfrau. Ich gucke ihn an, ich kriege den Lachflasch. Ich so, Jani, was meinst du? Er sagt, ja, egal. Was für eine Bitch sie ist und sie ihm fremdgegangen ist. Sie hat nicht gelogen. Und der Mann hat gesagt, du bist eine Ehrenfrau. Du hast nicht gelogen und hast mich nicht in den Schatten gestellt und hast mich nicht klein gemacht bei einem anderen Mann. Ich so, okay, das war okay. Ich habe ein bisschen gelacht, aber hier hast du trotzdem deine 100 Euro. Danke für deine Bemühungen. Danke. Ich gucke ihn wieder an. Er guckt mich an. Er sagt, willst du noch mehr von diesen Pilzen? Ich habe gesagt, gib mir jeden. Und sobald du merkst, ich komme wieder ein bisschen runter, gib mir wieder Pilze. Und ich habe das weiter konsumiert, weitergemacht, 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 weitergemacht. Ich habe irgendwelche Freunde von mir angerufen, irgendeine Scheiße am Telefon gelabert. Ich habe irgendwelche Videos gemacht, auf Facebook hochgeladen. Ende vom Lied war, dieser Typ hat mein Leben zerstört. Ich habe meine Firma verloren. Ich habe meine Frau verloren. Das Kind, was ich mit meiner Frau hatte, habe ich verloren. Ich habe alles Mögliche verloren. Ich hatte ein Haus, Auto, Frau, Kind, Karriere, Firma, Geld, Ansehen, Respekt, alles. Alles, was ihr wolltet, alles, was heftig war und was geil war, hatte ich. Aber das war ab dem Zeitpunkt, wo dieser Peach mir diese Pilze gegeben hat, vorbei. Ich habe alles Mögliche verloren. Und ich bitte dich von Herzen, lass die Finger von Drogen. Ich bitte dich vom ganzen Herzen, lass die Finger von Drogen. Es zerstört euer Leben. Es fängt mit einem Joint an und hört mit so einer Scheiße auf. Lass den Scheiß. Ich bin danach noch in die Psychiatrie gekommen. Was ich in der Psychiatrie erlebt habe, nicht mehr normal. Ich war auf einmal Chefarzt in der Psychiatrie. Auf einmal gehörte die Psychiatrie mir. Auf einmal war ich irgendein Zauberer. Ich konnte Leute wieder gesund machen. Alles Mögliche. Mein bester Freund war Gott. Mit ihm habe ich jeden Tag gechillt und geredet und telefoniert in der Psychiatrie. Verstand war komplett weg. Tot. Einfach tot. Und da sind noch so viele andere Geschichten, die da passiert sind, die mir aber leider, oder nicht leider, sie sind mir einfach zu peinlich. Und deswegen kann ich sie nicht erzählen. Heute gucke ich mir Zeit Ibrahim an und versuche auf mein Leben klar zu kommen. Ich hoffe, meine Geschichte öffnet einigen von euch die Augen. Es ist natürlich nicht so eine Story, wie ihr sie immer kennt, kriminell und aufregend und wow und dies und das und Mord und Totschlag und Schlägerei. Aber lasst die Finger von Drogen. Merkt ihr diesen Satz. Lasst ihr das von niemandem anbieten, schönreden oder sonstiges. Du kommst davon runter, du kommst von deinem Stress runter. Und diese typischen Aussagen, die werden euer Leben definitiv zerstören. Vertraut mir, ich habe das Ganze durch. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für euren Support. Checkt Instagram von mir und meinem Bitter Emilio ab. Folgt uns. Und das war's. Vielen Dank fürs Liken und Kommentieren. Euer Saith Ibrahim. Euer Saith Ibrahim.